Rachel Platten teilt ehrliche Worte über ihren Kampf mit den Babykilos. Die Sängerin öffnet sich in einem emotionalen Instagram-Post. Am 21. Oktober spricht sie über den Druck, die letzten 5 Kilogramm zu verlieren. Ich bin nicht weniger liebenswert, nur weil ich diese letzten 5 Kilo Babygewicht nicht verlieren kann, schreibt sie. Ihr Körper bittet um Akzeptanz und sie ist es leid, ständig zu versuchen, zu ihrem Gewicht vor der Schwangerschaft zurückzukehren. Mit ihrem Ehemann Kevin Lazane hat Rachel die Töchter Violet Sky und Sophie Jo. In ihrem Post erklärt sie weiter, dass sie stärker denn je ist und ein volles, schönes Leben führt. Sie kann tanzen, Gewichte heben und ihre Mädchen tragen. Rachel verrät, dass sie beschlossen hat, die alten Jeans wegzugeben. Stattdessen kauft sie größere Jeans, um ihren Körper so zu lieben, wie er ist. Ihre Fans ermutigt sie, sich ihr anzuschließen und ihre Erfahrungen zu teilen. Wenn ihr bei mir seid, sagt es mir in den Kommentaren, denn ich weiß, dass ich nicht allein bin, ermutigt sie ihre Follower. Rachel Platten wurde 2015 mit ihrem Hit Fight Song weltweit bekannt. Seit 2010 ist sie mit Kevin Lazane verheiratet. Neben ihrer erfolgreichen Musikkarriere legt sie großen Wert auf ihre Rolle als Mutter. Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter sprach sie offen über postpartale Ängste. Mit ihrem aktuellen Post setzt sie erneut ein Zeichen für Selbstliebe und Akzeptanz. Sie ermutigt andere Frauen, ihren Körper so zu lieben, wie er ist.